Hallo YouTube, schön, dass du wieder da bist. Wir testen heute Männerlords. Das ist gerade die Demo, die wir auf Steam holen können und wir schnuppern da mal schön rein. So, ab geht's, New Game. Zurzeit können wir halt nur den Städtebausimulator, also zum Aufbau nutzen, aber rein da. So, welcher könnte ich denn sein? Nehmen wir den alten. Zirrlokono 1. 1, genau. Ähm. Genau, rot. Second color schwarz. Nehmen wir das, das sieht schön aus. Ne. Okay. Blau. Alter, dann doch das so. So. Ah. 2, Angel. So sieht das schön aus, so sieht das schön aus. Ne, wir machen nicht sowas wie Europa. Das passt so. Uh, Blümchen gibt's auch. Ja, aber ich bleib bei dem hier. Genau. So. Sieht schön aus. Continue. Standard, Standard. Beginn. Ab rein! Oh, ich folge dem Spiel schon lange und will's schon Ewigkeiten spielen. Und ich freu mich sehr drauf, es jetzt spielen zu können. Also wir sind auch grad live. Also. Schruckelt. Schon wieder. Graphic. So. Balance. Ah, jetzt funktioniert's. Oh mein Gott, es funktioniert. Wuh. Geil. Okay. New Message. There's a fire that he heard of everyone's settlement. Oh, okay, Leute. Lest das bitte euch selbst. Soll ich mein Englisch? Das ist beschissen. Okay. Accepted. Construction. Logging game. Fangen wir. Wo stellen wir das hin? So. Soll ich schon ehrlich gesagt. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht die Karte. Oh. Geil. Geil. Aber. Ich glaub, das baue ich am besten hier hin. Hold and rotate. Dann ist das so. Das bauen wir hier hin. Genau. Got it. Genau. Äh. Woodcut. Genau. Das stelle ich am besten gleich daneben. Beziehungsweise. Ähm. Gibt's hier Straßen? Ah, da. Oh. Straßen. Geil. Ähm. So kann ich nämlich ein bisschen besser anfangen zu bauen. Und das will ich gleich daneben so dran machen. Forest hat. Das kommt auch direkt daneben. Alles was mit Bäumen zu tun hat, kommt direkt hier hin. Hunting Camp. Das will ich hier so. Will ich das zum Bären sammeln anscheinend? Hier. Hier ist das Jagdgebiet. Hier unten. Das sieht gut aus. So. So will ich das haben. Oh. Das sieht schön aus. Da. Storage. Unbedingt. Kommt hier. Das hin? So ist Food und Supplies. Genau. Storehouse. Ach ja. Resource. Good. So. 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 Ich weiß Also ich will mal gleich sofort Rein, rein, rein Weil es mir sehr viel Spaß macht, solche Spiele Und ich liebe es Guckt mal, wie Uh, es ruckelt bei mir Ein Stream nur, gut Also ich sag mal so, ich weiß halt Nicht, warum mein Stream OBS ruckelt, während Ich solche Spiele spiele Aber ich hoffe, man erkennt es Wie schön das ist Ich werde mich darum auf jeden Fall noch kümmern Dass man wenigstens anständiger Das nochmal sehen kann So Logging Cam Guckt euch an, wie so Sieht so toll aus Wie das hier so alles so nach und nach Bauen Geil Sieht schön aus, also ich mag es Also es wird einfach so entspannt Ein bisschen hier zugehen, ihr könnt euch das Ein bisschen angucken Angucken Also als Gameplay Einfach entspannt Und sich's angucken Ich lerne das Spiel halt auch gerade erst selbst kennen So Und, äh, ja Construction Häuser Hier könnte ich ein Brunnen setzen Will ich das so haben Und Hier Will ich so das erste Haus Ja, genau Pflanzt neue Bäume Rechenport Also, äh, das einzige was ich weiß Man kann noch nicht speichern Aber ich freue mich sehr drauf Es zu, äh, zu spielen Also spielen zu können Ach ja, und den Brunnen Muss man auf einer Wasserader, ähm Platzieren Den kannst du nicht überall platzieren Und das finde ich toll gemacht Da musst du halt wirklich aufpassen Wo du was hin, äh, hinsetzt Geil Oh mein Gott Also ihr wisst gar nicht Wie sehr ich mich gerade auf dieses Spiel freue Und dass ich streamen kann Und auch zocken kann Oh Das ist sowas Kleines, Süßes Was ich gerne spiele So, was Forage hat Oh mein Gott Also wirklich Ich muss ein bisschen mit meinem Englisch, äh Forage hat genau das Das da mit Bären Damit wir mal eine Anbindung so an, äh Die Main Street haben Also An die Hauptstraße Das wäre ja schön Ah, ja stimmt Ein Marktplatz müssen wir auch noch bauen Markt Area So Das hier wird so der ganze Marktplatz Oh, wir haben einen, einen, einen Neuen Also wird jetzt schon mal gejagt Noch nebenbei Cool Oh, cool Kann man noch was dazu bauen Geil Für einen Monat Ja, ich, ich weiß Ähm Get Ring Genau Nächstes Haus ist fertig Warum kann ich hier nix hinbauen? Okay Komisch Okay Mit der Nahrung wird's ein bisschen Bisschen Schwierig Ah, Nahrung Kriegen wir auch langsam ran Das Gute ist gut Es sieht aber auch voll süß aus Muss ich ehrlich sagen Akzept Genau Nixer Quest gleich schon gemacht Also gleich schon fertig Oh mein Gott Geil Kann die Leute sogar anklicken Wie geil Und verfolgen Wie cool ist denn das? Wie schön das hier gebaut wird Ich mag Ich mag das hier Voll toll Voll toll Ich mag es Ich mag es Sehr Ich sag mal so Ich freu mich schon Wenn es rauskommt Ich kaufe es mir auf jeden Fall Das Spiel Weil ich persönlich Ich liebe solche Spiele Und bis dahin Müsste ich dann auch Alles gefixt haben Wegen Aufnahme Und 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 So Burger Okay Food Okay Food Closing Oh okay Mit der Nahrung Kommen wir halt Immer noch nie so ganz weit So Level 2 Oh mein Gott Die Straßen Wie geil Wie geil Das sieht ja so schön Oh mein Gott Sieht das schön aus Das sieht voll schön aus Oh Also ich Entschuldigung Dass ich nicht so viel rede Oder sonst was Ich genieße gerade wirklich Einfach richtig das Spiel hier Weil es ist ja Es ist für mich einfach Wunderschön das Spiel Es ist wunderschön Ich liebe solche Spiele Über alles Also das ist so So was Kleine So was Was ich persönlich So immer fesselt Dann spielen Und das sieht halt Wirklich geil aus Das Spiel Und ich freue mich schon Wenn das fertig gemacht Wurden ist Und dann halt Und dann kann ich es Bekaufen Darauf freue ich mich schon Ah ist noch Locked Okay Don't trade Port only Wie schön die Häuser hier sind Das ist Ah Sieht einfach toll aus Ich hoffe es rockiert Jetzt gerade nicht zu sehr Nur weil ich hier mal kurz Lang gegangen bin Oh mein Gott Wie die Bäume hier Sprießen Oh mein Gott Wow 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 Hier würde es ganz gut passen Hier also auch Okay Hier überhaupt nicht Jo Habe ich doch hier Und dann Ich habe ein Feld gebaut. Achso, no farm building on the... Oh. Oh. Okay. Okay, weiter. Okay. 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 Der Winta is coming! Gott dammit! Nie sterben Leute, nie sterben! Guck mal, wir haben den Winta überstanden. Er ist grad hier irgendwie so ein richtiger Kampf. Wir brauchen unbedingt Nahrung Leute, unbedingt! Jetzt wird erstmal kurz Richtung Nahrung geschaut. Dass es da gut voran geht. Da hab ich vielleicht ein bisschen Mist gebaut. Genau, so. Dann hat sich hier langsam wieder alles beruhigt. Zum Glück. Also zwar noch nicht ganz, aber es hat sich beruhigt. Gut. Sollte ich mir jetzt kaufen, war... ...kaufen wir alles. Nehmen wir... ...kaufen wir... ...dobt ihr jetzt kurz am haven? Genau, passt! damit das feld auch bestückt wird hier langsam aber sicher ja jetzt geht schon wieder das mit dem essen los mein gott nice ein neuer messer okay wie bezahle ich die ab ich trete im kopf hier geldhaus ich kann es nie bauen entweder bin ich viel zu schnell für dieses spiel oder ich bin viel zu schnell für dieses spiel also beziehungsweise ich habe ja übelst die probleme ach die ersten toten werden bald wieder geben ja alles gut wir haben auch kein feierwort oh no jetzt haben wir wieder voll ein bisschen was zu essen damit der winter ist hart den haben wir auch gleich wieder überstanden den winter werde ich auch gleich erstmal hier rein schicken ich weiß kann ich auch gehen importen naja barrel import braun nur fünf jeweils weil dann kann ich nämlich die brauerei goddammit es kommt alles nach hier unten so wenn jetzt kein essen gefarmt wird dann kann ich auch nichts ändern dann kann ich nicht nur hin abh mit ist ist das 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 es das Ach, eine Ruine, oh mein Gott So, Nahrung kriegen wir jetzt auch wieder rein 94 Tage Goddammit Oh mein Gott Geil Das wusste ich gar nicht, dass das funktioniert Oh mein Gott, geil Geil, geil Das heißt, wir kriegen jetzt Eier Geil Huh Geil, 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 geil Das hätte man mir ja mal früher sagen können Ein bisschen Nahrung haben wir Ja, gut, 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 gut Das Zeug wird verkauft Oh, wir brauchen wesentlich mehr Familien hier Da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da Hmm hmmm Irgendwie habe ich so das gefühlt, dass... grad was verpackt ist Ach nee, gut. Oh, ey, mich macht das gerade sehr glücklich, dass wir Essen genug haben jetzt. Oh mein Gott. Oh, das wird, ohne Scheiß, das wird sehr interessant, wenn es full released wird. Also ich bin ehrlich, Gain müssen wir nicht mehr kaufen. So, und wir haben, oh, gut Geld gemacht, gut, 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 gut Geld gemacht. Hier nochmal Hühnchen rein. Hier nochmal ein bisschen das und das. Okay. Gain müssen nochmal rein. Und wir haben nicht mehr genug Geld, aber egal. Wir haben Nahrung. Brot wird gemacht. Dann bauen wir am besten nochmal zwei Häuser. Parteien. Kommt dann hier oben hin. Geil. Okay, quest completed, interessant. Da ist ein Chicken. Können wir nix machen, hier können wir auch nix machen. Hier auch nicht, hier auch nicht. Hier sind Chicken. Hier können wir, oh. Jetzt wird gerade Sound sehr, 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 also die Musik, also, oh, sie ist zwar schön, aber jetzt wird es gerade anstrengend. Nahrung wird gut, gut produziert, also, da ist nicht das Problem mehr. Endlich. Endlich haben wir das Nahrungsproblem hinter uns. Nein! Verlieren welche wegen der Kälte? Verdammte Scheiße. Hallo, Ismael, hi. Ich mache gerade eine YouTube-Aufnahme und teste gerade ein neues Spiel an, was gerade in der Demo draußen ist. Man kann leider nicht speichern, aber ich, 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 ich... Ist eh ein Spiel, was... Hast du Milch da? Ne, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Äh, heute ist ja, äh, Feiertag, also, ähm, ich kann das morgen wieder einkaufen. Ähm, deswegen tut mir leid. Nahrung ist ja nicht mehr das Problem. Oh mein Gott! Nahrung und Feuerholz ist gut drauf. Perfekt! Gut, 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 gut. Das freut mich. Ähm, also, bisher ja. Also, wenn das Spiel richtig draußen ist, dann gibt es auch Kriege und so weiter. Also, das ist, äh, soll sehr umfangreich werden. Und da drauf freue ich mich sehr sogar. So, ich brauche unbedingt... Achso, wenn, dann nehme ich, mhm... Import. Zehn hiervon, wenn ich welche kriege. Nahrung ist nicht mehr so schlimm. Zehn hiervon, wenn ich davon kriege. Oder hiervon. Fünf. Hier, eins reicht. Ach, ich muss zwei Clothing-Dinger setzen. Oh, okay. Verdammt. Ah, wir haben Essensprobleme... Wir haben keine Essensprobleme. Wir haben gar keine Probleme mehr. Das ist wunderschön. Macht mich gerade sehr glücklich. Dass ich die Krise hinter mir habe. So. Aber, was ich auch mal jetzt anfangen möchte, ist... Die Mine. Ist das egal, wo ich die hinsetze? Ich setze mal einfach nach hier. Ah, nee, 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 nee. Setze ich sie hier hin? Wann scheint es das da richtig dann? Und hier werde ich dann... Das hier noch placen? Das hier. Und jetzt mal kurz dumm gefragt. Kann ich hier zwischendrin jetzt ein Haus setzen? Ja, kann ich. Geil. Da. Hallo, Yannick. Schön, dass du da bist. Willkommen zurück. Ach, ich brauche Wolle, ich die Tür... Oh mein Gott. Ich brauche Wolle, ich bin. Gott, das habe ich ja vollkommen verpeilt. Ja, gute Besserung, Janik, gute, gute Besserung dir. Wenn du ja Langeweile hast, kannst du ja auf YouTube vorbeigucken, da passiert jetzt langsam ziemlich viel, also wird halt gut vorangetrieben. Nix zu tanken. So, ihr kriegt jetzt auf Twitch so die Einblicke und auch auf YouTube. Was ich für Spiele eigentlich sehr gerne spiele, also es ist sowas hier, es macht mir sehr viel Spaß und ich liebe es. Ja, sehr gut. Kannst du ja nicht mal bauen, mein Gott ey. Aber ich bin ehrlich, ich glaube ich baue nochmal ein Woodcutting. Ding. Weil, wir brauchen es anscheinend dann auch wirklich. Ding. Ah! ift! intelig! Ich weiß nicht. Pfer wag dir nicht. Ich bin deswegenג past investigators. Echt bloß mein jeitos? Ich bin ja, ich bin zeITA Man. Erstate Br lettest. Ja, wir haben noch genug Gain, also noch genug für die Brot-Herstellung, das ist sehr gut. Fuck, ich hab vergessen, den Wald wieder aufforsten zu lassen, ich bin ja auch so ein Vollhorst. Wenn wir Eisen haben, haben wir Eisen, das ist geil. So, geil. Ah, jetzt, jetzt haben wir gar keine Probleme mehr. Boah, ich bin so glücklich. Wenn wir nichts zu tun haben, wisst ihr, soll ich was anderes machen. Oh, wir haben vier Schafe, geil. Nö. Aber wir haben keinen, der auf die Schafe aufpasst, das ist, äh, scheiße. Also, werden wir... So, noch danach. Ressourcen. So, wir werden wieder nachgepflanzt. Das ist gut so. Uh, die Gäte kommt wieder, uh, 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 uh. Wir brauchen Holz, wir brauchen unbedingt Holz. Trading Post, so, äh, du nicht, das so. Wir brauchen Holz, Leute. Wir brauchen mehr Männer in den Kacken. Tut heute, wenn, Leute. noch einmal mit table hier noch mal hühnchen so jetzt haben wir auch wolle anscheinend ich hoffe so stimmt ich habe es noch immer noch vergessen jetzt muss einmal kurz mal ein bisschen holz gehackt werden leute bitte weil wir unbedingt das hier brauchen und dann brauchen wir noch mal mehr bewohner gut nahrung haben wir für ein ganzes jahr sicher dann traue ich noch mal ein bisschen firewood was gemacht werden muss und wir bauen hier nochmal drei häuser hin und hier nochmal vier dann werde ich sogar noch ein zweites feld platzieren dann ich werde hier auf jeden fall noch zwei weitere reinsetzen wollen dann werde ich 15 verkaufen dann 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 mal kurz Gut Okay So Also Also Ich sag's mal so Ich hab das Spiel Sehr ausgereizt jetzt schon Also von der Performance her Weil man sieht so Langsam wird's hier also Kritisch Aber Ist schön Ich bin gut durchgekommen Es hat sehr viel Spaß gemacht Ich würde gerne speichern Aber geht nicht Ist er schon auf meine Wunschliste Wenn's Ich würd's halt noch gerne Ich will halt gerne noch weiterkommen Was ist es? Aber aktuell Hab ich ja nicht die Möglichkeit Weil es ja Nein, nein, nein Noch gar nicht Ich geh noch gar nicht auf Ähm Weil ich auch grad nicht die Möglichkeit hab Weil Ich nehm ja grad was für YouTube noch auf Ähm Weil ja hier schon anfängt zu ruckeln Ein bisschen Weil das ist das Game Und nicht mein OBS Weil Ja Ich glaub der Es ist Soweit ich mitbekommen hab Eine Person Die das entwickelt Und Ja Ich sag mal so Es ist wunderschön Es ist wunderschön dafür Es macht mir sehr viel Spaß Nur Ich glaub Ich übertreibe Bei solchen Spielen Viel zu schnell Ha So Aber Wir Ich können ja mal noch gucken Zack Das Manorhaus Das stellen wir auch noch hier mal irgendwo hin Ja Geht noch nicht Weil ich hab Äh Weil ich habe kein Holz Oh Gott Kann ich den Buselfaktor runterziehen Nee Oder Nee Oh mein Gott Also so geht's noch ein bisschen voran So können wir's noch ein bisschen ausreizen Nur noch ein bisschen Jetzt kommt der Winter wieder Oh Stock damage bei Okay Oh Ah ja Ah Ja, ich glaube es ist einfach zu much langsam. Ah ne, hier kann ich noch mehr rein. Schade, ich will aber noch nicht aufhören, ich will noch weiterspielen. Mann! Oh, schade. Kann man. Kann ich wohl anscheinend nichts machen, dass ich nie weiter spielen darf. Okay. Oh, 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 oh. Unbefriedigend. Oh, jetzt läuft es mal ein bisschen weiter. Ne, jetzt bleibt es wieder ein bisschen stehen. Scheiße. Ah. Wenn ich wüsste, wo das Problem liegt. Es könnte vielleicht dran sein, dass ich 144 Einwohner jetzt schon habe und 51 Tiere und... Ich finde, Demo ist das schon... Ist das schon gut. Ist schon gut. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Dann YouTube, danke, dass ihr zugeguckt habt. Das war ein kleines Angespielt von Männerlords. Und, äh, ja. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.